hallo und herzlich willkommen in der zweiten folge hier hier was ja so die ja ja jetzt eine mission war ja viel geschlagen ich habe heute eine andere mission angenommen eine leichtere glaube ich jedenfalls nur vier jetzt angenommen so mal schauen weiter ich muss bin ich bei und ja bin bei und habe jetzt die forschepunkte sommer dings gegeben für automatik waffen und ja hoffe ich was finde oder was bekomme oder was lernen kann also von beiden seiten abgeneigt was kommen ja ich habe mal jetzt die bauten schraube nicht also dann links in eine knarre genau zwar zwei aber immerhin besser wenig geht vielleicht ein bisschen schneller weniger mal die brüder sind ja so bescheidig aber so dass die praktisch ein besser auftauchen der erzähle und die wand durch ja aber ich gehe mal hier ein bisschen lang müssen heute nicht nein wir müssen nicht wir sind schon hier drin waren wir schon aber war das Loch schon vorhanden gewesen kann auch sein ja wie soll das gebiet zäubern machen wir zu essen und geschrott kaffee pulver immerhin was kathen oder sowas hier ruck kaffee ruck 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 wenn man so freie maschinengewehr nehmen hat ein paar schuss mehr du warst auch nicht tot gibt es doch gar nicht ob das so glückbar gerade draußen war ich glaube ja nicht haben wir hier schönes echte familie die eigenen vielleicht unentwickler weiß man nicht die haben wir geöffnet komm hier Ja genau. Die Borde. schlaf weiter ja küche brauche ich nicht mehr rezept und so dort ist da jetzt schon ausgereizt hier geht es nicht so einfach die brichtung machen also erschrocken wenn er so schreckhaft bei für die rente aber nix da eine gedachte grün das ist ja nicht auch so wenig verstecken nicht nutzen zeitschriften den mod herstellen können also hier für wasserfilter und ich will ja mal nach links bauen kann die vierfach taschen dann wäre das eine gute option also hier sind so einen blöden geräusche das richtig furchtbar da kommen wir nicht so da muss ein weg gehen also irgendwie muss das ein weg hier vielleicht da nix das muss ja oft sein normalerweise praktisch nur lang gehen muss da kommen wir nicht weiter ja 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 mal gut schaltern wird nicht schlechter wirst du dann er wechseln ich gleich sofort ne aber wiederum hast du dann so wenig schuss ist halt mal so ne so maschinengewehr genau ja m 60 gut immerhin was ne ja mal weiter mal gucken nach geier wieso zum glück nicht schnell irgendwie wieder hoch schönes anwesen wenn es heile wäre oh ja das macht nichts ihr könnt ruhig weiterkommen jongejonge Ja, der Weg normal geht, ne, so, Rücksucker ist die erste bessere Methode, ne. Jetzt formen wir sich wieder alles. Das waren ja sofort leider so viele, das gab es vorher gar nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich irgendwie rausgehen muss, stehen die im Weg, ne. Der beste wäre natürlich genau hier, sehen wir es. Ich bin auch nicht fertig. Ah, das juckt. Interessant. Das ist der Hauptblutraum. Also wenn wir mal gucken, dass wir hier mal Gepäck aussortieren. Papier kann raus. Das können wir essen. Schweizer können wir auch aufschmeißen. Fließpulver auch. Eisen auch. Das können wir benutzen. Ja. Das können wir nicht schaden, ne. Das können wir leeren. Ne, mal einen Schluck. Da haben wir einen Platz. Das können wir aber nicht raus machen hier. Das Sandwich behalten wir schön, da können wir an die Bude gerecht sein. So ein Schrott. Interessant. Guck mal, ich kann Krieg. Eigentlich ja. Ja. Haben wir genug davon. Aber ich mache Hergestell vor längerer Zeit. Na, was haben wir gefühlt? Genau. Für. Gehen wir Richtung links da, ne. Schlagschaube. Ne, äh. Ja, Schlagschaube. Den haben wir eigentlich. Das kriegst du eigentlich reichlich gefunden, also. Also. Oh, das ist heftig. Da. Das Problem ist nur, dass ich jetzt da bestimmt voll bin, ne. Ja. Jetzt können wir zerlegen und rauswerfen. Scheiße, bitte. Da haben wir schon mal. Ah. Flächen. Ja, ich habe eine Munition gefunden, ne. Der ist voll. Und voll. Da ist nur zwei Schuss hier und der ist auch voll. Ja. Wo ist das? Ja. Ja. Die, äh. Ich habe ein Segel. Deswegen brauche ich da gar nicht mal raus. Gucken, ne. Wegen Bäume fällen. Keine Idee daran machen. Das geht ja ganz schnell. Dann findest du auch den Honig. Da wollte ich ran. Interessant. Und. So. Wo ist der? Da hinten irgendwo. Schöp'n Geier oder sowas. Nö. Fertig. Gibt's dir noch was zu holen? Ja. Ja. Den Rollstuhl lassen wir stehen. Ach. Gebäudes verlegen würde ich noch. Äh. Autos. Sackgasse. Das machen wir gleich. Motorrad ist da hinten irgendwo, ne. Ja. 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 Sind zu schwer. Weil, sind's ziemlich voll. Geht zwar nicht viel rein, aber wir wissen schon. Da rennst du weg, tu. manche geräusche sind ja auch furcht einflüssender so ist aber halt so haben wir viel munition gefunden naja im nächsten blutmond warum es garantiert fahrzeuges verlegen auf jeden fall das ist ja gleich daneben bisher war schon eine missgestalt muss ein bisschen ausgleichen bei der zähne wird ja nichts schauen wir nicht schlecht und motor hier verbraucht auch besser wie mir denkt das muss ich aber auch noch machen müsst ihr halt wenn ihr die fahrt langweilig und bringen wir durcheinander mit der folge ein hat immer durcheinander gebracht da hatte ich voll dieses ergebnis ja halt jetzt kommt es noch mal das darf nicht vergessen also messen körper oder motor kannst nicht verzichten das ist so brauchst du nicht so häufig so was vorhat mal auslernen ich habe die stromfalle aber jetzt wieder hergerichtet einfach war das das gemein dann kann man zerlegen oder wegwerfen und wegen die dinge auch tja schwere entscheidung also wirklich ich glaube das hekt er mit schultzen kugeln auch ja so ein motor ist nicht schlecht kunststoff ich glaube das können wir auch herstellen ich bin hier glaube ich ich habe ein paar zu hause nur gucken wegen messen aber da wirklich kein übersehen man bis schneller geht ja schon ich lasse mich gerne ungern stören bei der arbeit ja ich habe neulich jetzt gestern habe ich noch ein bisschen ölschieber geholt jetzt stell dir was her und benzin habe ich eigentlich genug da aber trotzdem lieber was da haben als plötzlich nichts mehr da ist wäre mir schlecht das wäre äußerst ungünstig immer da plötzlich zu fußen laufen müsste ne aber der mobil ist so langsam das ist das ganze problem wenn er jetzt praktisch der geier der her ist dann bist du eigentlich froh wenn du ein motorrad hast ne weil da kommst du wenigstens weg so das ist die richtung lass ihn mal laufen da ne ja die löcher sind auch böse hier guck da ist der geier von der erste anfläche schützt vollgas ab dem mal repariert aber schon recht abonniert ich habe ja vor naja ich meine noch nicht aber wie gesagt irgendwann ist soweit dass man da eine eigene welt aufbaut oder regeneriert ich sage mal so pauschal wenn jemand mitmachen möchte der mindestens 18 jahre alt ist discord ja gut ls da sind die links dabei also von daher müsst ihr mal gucken dass ich da noch reinkriege oder zumindestens ja versuchen oder im links schreiben im kommentar dann reagiere ich drauf und veröffentliche das entsprechend persönlich grunde ist das so muss ich nicht klatschen sonst haben wir hier ein problem so die muss man aber nicht da ja hat nicht viel gebracht ne doch ein platz gut vorne ist immer gut dabei also passt mittlerweile habe ich auch schon alles an die musiker da natürlich ist du bist noch so heftig also ich gehe mal auf hier das ist so dichter sind die anderen dinger bestimmt gefallen seit ich 1 also ich kann kein englisch und daher geschützt das war nicht schlecht das verbessern so aber auch nicht abkommen geld habe ich noch nicht ja doch noch nicht hier rein aufgaben zum morgen ist auch schon dank für das anschauen bis nächstes mal